Das hier ist das neue Pastrami-Sandwich von Charo. Endlich mal ein Streetfood, was nicht die hundertste Pizza oder der fünftausendste Döner ist, sondern mal etwas frischen Wind reinbringt. Für genau 10 Euro bekam man Sandwich, Dip und eine kleine Beilage aus eingelegtem Gemüse. Schaut euch mal nur dieses Meisterwerk an, einfach ein Traum für jeden Fleischliebhaber. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich auf diesen ersten Bissen gefreut habe. Und ich muss sagen, dass es einfach nur unfassbar lecker ist. Das Fleisch ist schön mild, hat aber ein intensives, aber nicht zu penetrantes Raucharoma und geht schon fast in eine Räucherlachs-Richtung. Das Ganze wird perfekt unterstützt von dem Brot, was fluffig und knusprig zugleich ist und mit einer milden Senfsoße untermalt wird. Alles in allem ein wirklich unfassbar leckeres Sandwich, was auch deutlich besser sättigt, als ich es erwartet hätte. Ich werde Stammkunde im Laden. Stammkunde? Safe. Ich merke mir dein Gesicht. Keine Sorge, Charo, du hast mein Wort. Es gibt nämlich stolze 9 von 10 Punkten von mir. Ich sei hier.